Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Wochen-Update aus meinem Praktikum, Woche 16. Diesmal aus Bremen? Nee, aus Bielefeld. Diese Woche habe ich Überstunden abgebaut und frei gehabt und bin ein bisschen zurück in der Heimat gewesen. Was es sonst diese Woche so gab, zum Beispiel meine Reportage, die zeige ich euch einmal hier. Und was demnächst so passieren wird, erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, ciao! Üçãofen Aus His Haus Ich Will Bis zum nächsten Mal.